Friedrich Hans-Ulrich Mühe war ein deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Hörspiel- sowie Hörbuchsprecher, dessen Karriere am städtischen Theater Karl-Marx-Stadt begann. Seinen internationalen Durchbruch hatte er 1989 in der Hauptrolle des Leutnant Theodor Lohse in Bernhard Wickies Das Spinnennetz. Weitere Bekanntheit erlangte er durch die durchgehende Serienhauptrolle als Gerichtsmediziner Dr. Robert Kollmer in der ZDF-Krimiserie Der letzte Zeuge, die er von 1998 bis 2007 spielte, und 2006 als Hauptmann Gerd Wiesler in dem Kinofilm Das Leben der Anderen, der 2007 den Oscar als bester fremdsprachiger Film erhielt. In seiner Karriere wirkte er in etlichen Theaterinszenierungen und in über 70 Film- und Fernsehproduktionen. Leben, Herkunft und Ausbildung Ulrich Mühe war der Sohn des Kirschnermeisters Hans-Günther Mühe. Er wuchs zusammen mit seinem Bruder Andreas auf, der später die Werkstatt des Vaters fortführte. Nach dem Schulabschluss durchlief er eine Berufsausbildung mit Abitur als Baufacharbeiter. Seinen anschließenden Wehrdienst, den er wegen eines Magengeschwürs vorzeitig beenden musste, leistete er bei den Grenztruppen der DDR an der Berliner Mauer ab. Von 1975 bis 1979 studierte er Schauspiel an der Theaterhochschule, Hans-Otto, Leipzig. Politisches Engagement in der Wendezeit engagierte sich Mühe bei öffentlichen Diskussionen in der DDR und war einer der Initiatoren der Demonstration vom 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz. Er las öffentlich im damals von Dieter Mann geführten Deutschen Theater in Ostberlin aus Walter Jankers Buch Schwierigkeiten mit der Wahrheit, noch bevor es in der DDR erscheinen durfte. Dokumentationen der Regisseur Christoph Rüther dokumentierte von 1989 bis 1991 die Probenarbeiten zu Heiner Müllers Inszenierung Hamlet – Maschine am Deutschen Theater in Ostberlin, in der Ulrich Mühe die Hauptrolle spielt. The time is out of joint, die Zeit ist aus den Fugen. Gleichzeitig zeigt der Film das Verschwinden der DDR. Ein weiterer Dokumentarfilm von Rüther, Jetzt bin ich allein, entstand nach Ulrich Mühe's Tod und wurde in zeitlicher Nähe zu seinem 1. Todestag erstmals am 26. Juli 2008 auf 3 satt ausgestrahlt. Nach Mühe's Tod drehte sein Sohn Konrad den Kurzfilm Fragen an meinen Vater. Auseinandersetzung mit Jenny Gröllmann im Jahr 2006 äußerte sich Ulrich Mühe in einem Interview für das Filmbuch Das Leben der Anderen über vermeintliche informelle Kontakte seiner zweiten Ehefrau Jenny Gröllmann mit der HA2, 13 des MFS. Gröllmann erwirkte daraufhin vor dem Landgericht Berlin einstweilige Verfügungen gegen den Verlag des Buches und gegen Mühe selbst. Sie erklärte eidesstattlich, sie habe nie, wissentlich, mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet. Das Gericht gab dem Antrag Gröllmanns statt und untersagte die weitere Verbreitung des Buches. Den Widerspruch Mühe's wies das Gericht ab und untersagte ihm, Jenny Gröllmann weiterhin als inoffizielle Mitarbeiterin zu bezeichnen, da die Unterlagen des MFS zwar, Verdachtsmomente, jedoch keine Tatsachen liefern würden. Privates aus der ersten Ehe mit der Dramaturgin Annegret Hahn hatte Mühe zwei Söhne, Andreas Mühe ist Fotograf, Konrad Mühe studierte Bildende Kunst an der Universität der Künste Berlin, sein Kurzfilm Fragen an meinen Vater erhielt 2011 auf der Berlinale eine lobende Erwähnung der Jury. In zweiter Ehe war Ulrich Mühe von 1984 bis 1990 mit der Schauspielerin Jenny Gröllmann verheiratet, die er bei den Dreharbeiten zu die Poggenpools kennenlernte. Aus dieser Ehe ging eine Tochter hervor, die Schauspielerin Anna Maria Mühe. Mühe lernte 1990 bei den Salzburger Festspielen bei der Aufführung des Bühnenstücks Die Jüdin von Toledo die Schauspielerin Susanne Lothar kennen und war von 1997 an bis zu seinem Tod mit ihr verheiratet. Er wohnte mit ihr und den beiden gemeinsamen Kindern zunächst in Hamburg und ab 1999 in Berlin. Kurz nach der Oscar-Verleihung im März 2007 wurde Mühe wegen eines Magenkarzinoms operiert. Er erlag der Krankheit im Alter von 54 Jahren in seinem Sommerhaus in Wahlbeck, wo ihn noch zehn Tage vor seinem Tod der US-Schauspieler Tom Coos besucht hatte. Am 25. Juli 2007 wurde Mühe auf dem Gemeindefriedhof beigesetzt. Ulrich Mühe wurde posthum zum Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Grimmer ernannt. Die bisherige Theodor-Heuss-Straße wurde in Ulrich-Mühl-Straße umbenannt. Karriere-Theater Nach dem Studium wurde Ulrich Mühe an das städtische Theater Karl-Marx-Stadt engagiert, bevor ihn Heiner Müller 1982 nach Berlin holte, und zwar zunächst als Gast an die Volksbühne. 1983 wurde Mühe Ensemble-Mitglied am Deutschen Theater, wo er in Rollen wie dem Egmont, Lessings Philotas und dem Patriarchen in Nathan der Weise überzeugte und zum Star des Assabels aufstieg. Hervorzuheben ist Mühes Verkörperung der Titelrolle in Hamlet und in die Hamlet-Maschine in einer Inszenierung von Heiner Müller aus dem Jahr 1989. Nach der politischen Wende hatte er wechselnde Theater-Engagements, unter anderem am Burgtheater unter Klaus Peimann und 1990 bei den Salzburger Festspielen als König Alfons in die Jüdin von Toledo. Seit Ende der 1990er Jahre widmete er sich wieder verstärkt der Bühne und spielte beispielsweise 1999 an den Hamburger Kammerspielen in Sarah Keynes gesäubert und an der Wiener Burg den Ori in Jasmina Rezas dreimal leben. Neben weiteren außergewöhnlichen Bühnenproduktionen wie beispielsweise Wittgenstein Incorporated und Sarah Keynes zerbombt war Mühe bei vielen Literaturlesungen und Veranstaltungen zu erleben. 2004 inszenierte er als Theaterregisseur das Drama Der Auftrag von Heiner Müller. Mühe war Mitglied der Abteilung Darstellende Kunst der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Film und Fernsehen von 1983 an wirkte Mühe in verschiedenen Kino- und Fernsehfilmen mit. Sein Debüt auf der Kinoleinwand gab er als »Junger Mann« in »Olle Henry mit Michael Gwiestek« in der Titelrolle. 1985 war er als Dichter Friedrich Hölderlin in Hälfte des Lebens von Hermann Schoche zu sehen, seine damalige Ehefrau Jenny Gröllmann spielte die große Liebe Hölderlins, Susette Gontard. Mit Gröllmann arbeitete er wiederholt zusammen, uh, ah, stand er mit ihr 1986 für den Zweiteiler das Buschgespenst und 1988 im Polizeiruf 110, flüssige Waffe vor der Kamera. Der internationale Durchbruch gelang ihm 1989 in der Hauptrolle des Leutnant Theodor Lohse in Bernhard Wick hieß das Spinnennetz. 1992 war er in Helmut Dietls Oscar nominierter Satire Stonk. Neben Uwe Ochsenknecht und Götz-George in der Rolle des Verlagsleiters Dr. Guntram Wieland zu sehen. 1990 spielte er in der Verfilmung von Thomas Manns Novelle Der kleine Herr Friedemann die Titelrolle des an seiner Hässlichkeit und Verkrüppelung leidenden Friedemann. Nachdem er 1990 bei den Salzburger Festspielen Susanne Lothar kennengelernt hatte, spielte er, wie auch zuvor mit Gröllmann, mehrfach zusammen, wie etwa in Detlef Röhnfelds Zweiteiler Das tödliche Auge, in den Filmen Das Schloss und Funny Games des österreichischen Regisseurs Michael Hanecke sowie im NDR Tater Traumhaus des Ermittlerteams Stöver und Brockmöller. 1994 stand er in der Rolle des Ägyptologen Dr. Heinrich Gützko gemeinsam mit Iris Berben in der Verfilmung von Uwe Timms Kinderbuch Rennschwein Rudi Rüssel vor der Kamera. Mit Berben war er 1995 auch als Jakob Seiler in dem ZDF-Fernsehkrimi Rosarot – Lügen zu sehen. In der Erich-Löst-Roman-Verfilmung Nikolai Kirche spielte er den Pfarrer Ohlbaum. Von 1998 bis zu seinem Tod übernahm er an der Seite von Gesine Zukrofsky die Rolle des Gerichtsmediziners Dr. Robert Kollmer in der ZDF-Krimiserie Der letzte Zeuge. 2000 gab er in der Verwechslungskomödie Goebbels und geduldig in einer Doppelrolle die Verkörperung des Propagandaministers Goebbels. 2002 verkörperte er in dem mehrfach ausgezeichneten Drama der Stellvertreter nach dem gleichnamigen Theaterstück von Rolf Hochhut einen hochrangigen SS-Mann, der mit Begeisterung seine Aufgabe bei der Judenvernichtung erfüllt. 2004 stellte Mühe den Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler in Florian Henkel von Donners Marks Kinofilm Das Leben der Anderen dar, der im März 2006 in die deutschen Kinos kam und 2007 den Oscar als bester fremdsprachiger Film erhielt. Ulrich Mühe wurde für diese Rolle mit dem Deutschen Filmpreis 2006 als bester Hauptdarsteller, dem Europäischen Filmpreis 2006 als bester Darsteller und mit der Goldenen Henne ausgezeichnet. Sein letzter im Jahr 2006 abgedrehter Kinofilm Nemesis, in dem er zusammen mit seiner dritten Ehefrau Susanne Lothar ein Ehepaar spielte, wurde aufgrund eines Rechtsstreits, bei dem Lothar die Aufführung des Films verhindert hat, erst im Jahr 2010, drei Jahre nach seinem Tod, gezeigt. Hörspielarbeiten Ulrich Mühe betätigte sich auch als Hörspiel- sowie Hörbuchsprecher. In der Literahörspielproduktion der DDR entstand 1985 das für Kinder produzierte Märchenhörspiel zu Wilhelm Haufs »Das kalte Herz«, in der Mühe die Hauptrolle des Peter Mank sprach. Im Rahmen der »Lieblingsmärchen der Deutschen« sprach er die jeweils männliche Titelrolle in den Grimms-Märchenhörspielen »Brüderchen und Schwesterchen und Jorinde und Joringel«, die jeweils weibliche Titelrolle übernahm Susanne Lothar. 2001 las er gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Otto Sander, Katharina Thalbach und Dagmar Manzel im Rahmen von »Die Lieblingsgedichte der Deutschen«. 100 Gedichte mehrere Gedichte ein, u. a. Stufen von Hermann Hesse. Gemeinsam mit seiner Tochter Anna Maria Mühe sprach Antoine de Saint-Exupery's »Der kleine Prinz« ein. 2004 erhielt für dieses Hörbuch die goldene Schallplatte. Auszeichnungen 1988, Helene Weigel-Medaille 1989 und 2005, Bayerischer Filmpreis 1990. Deutscher Darstellerpreis, Chaplinschuh des Bundesverbandes der Fernseh- und Filmregisseure in Deutschland e. V. 1991, Gertrud Theisoltring 1992, Bambi 1994, Kainz-Medaille 1998 und 2005. Deutscher Fernsehpreis 2004, goldene Schallplatte für »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupery 2006, deutscher Filmpreis 2006, Friedenspreis des deutschen Films »Die Brücke« 2006, Goldene Henne 2006, Preis der deutschen Filmkritik 2006, Europäischer Filmpreis als »Bester Schauspieler« 2007, Jupiter als bester deutscher Darsteller für »Das Leben der Anderen« 2007, Ehrenbürgerschaft der Stadt Grimmer 2008, Nominierung als bester Hauptdarsteller in »Das Leben der Anderen« bei den British Academy Film Awards 2008, 2011, Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin. 2008, girlfriends Vielen Dank.